Energiesparen ist eine Wohltat für unseren Geldbeutel und unsere Umwelt. Den Energieverbrauch zu Hause nachhaltig zu senken, ist aber gar nicht so einfach. Weil wir manchmal heizen, obwohl niemand da ist. Weil Geräte Strom verbrauchen, die gar nicht benutzt werden. Weil regelmäßig jemand das Licht anlässt. Relax. Mit den Energiesparroutinen der Magenta-Zuhause-App managst du unter anderem Standby-Modi, Leuchtung und Heizung. Smart und automatisiert. So sparst du Energie und Geld und tust der Umwelt etwas Gutes. Alles an einem Ort. Alles vernetzt. Alles easy. Mit der Magenta-Zuhause-App.